Und ich habe davor schon von dem Projekt etwas mitbekommen, weil sie das ja auch so verbreitet hat. Und dann habe ich mir gedacht, ja super, da mache ich mit. Das ist für mich gerade so ein zentrales Thema und ich glaube auch so gut eigentlich, ja doch für jeden Menschen. Weil man sich selbst liebt, dann fallen ganz, ganz viele Konflikte einfach weg.